hallo zusammen und herzlich willkommen in diesem video ich melde mich heute mal wieder mit einem kleinen produktupgrade was gibt es neues im survival pro online shop in januar februar 2018 eine menge wir fangen heute mal an mit der firma clawgear premium military equipment aus österreich wir haben 17 artikel mit in unser sortiment übernommen die möchte ich euch jetzt mal kurz vorstellen bleibt dran los geht's ok dann gucken wir mal wir haben zwei messer utility knife und neck knife ein sturmfeuerzeug zwei uhren einmal den mission sensor in drei farben schwarz die dieses coole orange rescue nennt sich das und tanne farben und die uhr dual timer ok dann einiges an klamotten zwei fließjacken zwei kapuzen fließjacken drei t shirts was haben wir noch hier zwei soft shell jacken eine regenjagre hardshell und zwei wärmejacken eine so als mittlere schicht und eine für normal ja den link zu den produkten findet ihr am schnellsten natürlich hier in der video beschreibung unter dem video auf youtube oder ihr geht ganz normal survival-pro.de und gibt in der in dem suchfenster oben ein chlorgear dann habt ihr die sofort auf dem schirm ok gut sind wir durch mit dem video wenn es dir gefallen hat lass mal einen daumen nach oben hier auf youtube abonnier den kanal ich bedanke mich auf jeden fall für die aufmerksamkeit wünsche dir noch einen schönen tag bis demnächst macht's gut und tschüss bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020